Hallo Freunde und Willkommen zu einer neuen Folge Roblox mit Luna Bellco! Hallo! In der letzten Folge haben wir in Audible Paradise ein Obby gebaut. Ja, und leider haben wir das letzte Folge nicht geschafft, das auch zu spielen. Deswegen... Boom, da ist meins auch wieder. Deswegen versuchen wir es heute. Du gehst in mein Obby und ich hier in deins. Wo ist dein Satz? Neben mir. Gut. Ich habe es extra neben dir platziert, damit man schön sehen kann, was der andere drauf macht. Hast du sehr lang? Es war blau, grün, grün, ne? Das haben wir ja in der letzten Folge herausgefunden. Also... ja. Das hier habe ich auch bei mir. Ja, sehe ich. Aber du hast deinen Sorange. Ja, meins ist Sorange. So schnell ran. An die Butze. Meins ist glaube ich... Oh ne, das hasse ich. Hopps, 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 hopps. Uff. Meins ist glaube ich ein bisschen... Boah, jetzt muss man da auch noch rüberspringen. Guck. Siehst du kannst du... Oha. Nein. Ich muss alles nochmal von vorne machen. Das ist natürlich dann auch blöd. Das ist voll blöd. Was, du bist ja schon fast am Ende. So, wo ist jetzt deins? Ach da. Corona-Mone. Nein! Oh! Yeah! Ach kacke, man muss ja immer wieder... Ach, tut mir leid. Aber man muss ja immer wieder alles von vorne machen. Ja. Ist dir das nicht aufgefallen? Mhm. Aber deins ist ja sehr einfach. Großzügig. Ähm. Du meinst, wird noch schwer. Keine Sorge. Du weißt ja nicht mehr, bei welchem ich bin. Nein! Ich wollte so springen, aber dann bin ich sogar an der Kante runtergerutscht. Ich schaffe nicht mehr das Erste. Hab ich verschluckt. Woran denn? Äh, an... Nichts. An, ähm... Freude, dass ich gewinnen werde. An Speichel. An Freude, dass ich gewinnen werde. Toll, ne? So. Da sind diese Köpfe, die hab ich auch. Hä, warum springe ich denn nicht? Bist du gestorben? Ja, bei den... bei diesen Köpfen. Meine Köpfe bewegen sich viel schneller als deine. Vielleicht sind... Vielleicht sind... Ist bei mir auch viel... Sind meine schwerer, weil der viel mehr... Du springst falsch rum. Du springst falsch rum. Du springst falsch rum. Du springst immer falsch rum. Was war das? Das war draußen, glaub ich. Die Müllerfuß gegen die Straße. Leine... Leine... Ich sag doch, das ist schwer. Kannst du dich mal annehmen? Kann man sich hier irgendwo... Ich teleportiere mich zum Ende von dir. Hab's geschafft! Oh nein, jetzt bin ich am Ende von mir. Tschüss. Oh nein, ich hab vergessen. Was hast du denn vergessen? Boah, das ist echt schwer. Aber... Wir haben ja ein wenig Zeit. Genau, wir hätten uns eine Zeit stellen müssen. Wer weiterkommt? Mist, ich kann deins nicht färben, sonst hätte ich deins jetzt... ähm... Gefärbt. Ich schaff auch nicht mal das erste. Warum hast du als erstes gleich so ein Spiel? Das war der Plan, damit du nicht weit kommst. Damit ich immer am ersten hängen bleibe? Genau. Oh man, ich mach jetzt meins. Doch, mach ich jetzt. Wer als erstes meins schafft und dann wer... Wollen wir machen, wer als erstes seins schafft? Weil... Ja, das ist ja schon ein bisschen drin. Das ist voll mies. Sag ich nur. Ja. Ja, siehst du ein. Was war's nochmal? Grün, grün... Grün, grün, blau. Nein. Blau. Das war blau... Ich glaub, blau, grün, blau. Blau, blau, grün, grün. Genau, blau, grün. Ja. Ich wollt gucken, ob du's merkst. Ja, ich merke es. Weil sehen wir schneller sein eigenes Teil. Oh, echt? Äh, geschau auf Video vorbei. Danke fürs Zusehen. Jetzt erstes sein eigenes schafft? Ja. Mann, ich schaff das nicht. Du schaffst nicht mal dein eigenes. Oh, leu. Genau, oh, leu. Ich hab' nicht. Ja, toll, du bist gleich am Ende. Mann! Mann! Ich versuche jetzt Minecraft. Ich mach' den kurzen. Minecraft? Wir spielen grad Minecraft. Willkommen zu einer Flusschleinfolge. Minecraft. Stopp. Hopps. 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 Trampolin. Trampolin. Mann, oh, ich mach' jetzt einfach den kürzesten Orbi, den sie gibt. Ich mach' einfach den da. Den kenn' ich nicht mal. Ich hab' meinen Orbi gleich fertig. Nicht dein Ernst. Naja, sein eigenes ist schafft man eben immer grün wie mein Creeper. Das bringt Unglück. Ey! Ey, ich hab' dich gehackt. Du hast meine Maus. Luna, hör auf. Sonst mach' ich deinen Roblox aus. Das geht nicht. Ja, falls ich frag', wie sie das macht, sie sitzt neben mir. Lüsst' ich. Warum? Happy Corona. Happy Corona. Oh. Gewonnen! Ich hab's geschafft! Ich spiel' ja auch grad auf dem Krankenhaus. Äh, ich hab' meinen, ähm, ja genau. Wir sind im Krankenhaus. Nein, das bin ich, ähm. Ich hab' meins geschafft. Nein, hast du nicht. Siehst du, da ist noch ganz lange was. Doch. Hier, guck. Mann, dein Ernst? Warte, ich will noch was bauen. Ich hab' jetzt so viel. Das musst du noch schaffen. Wie Geld hab' ich? Ah, ich hab' 5000. Ey, wie hast du diese hohen Wände gemacht? Sag' mir das mal. Mh, die kaufen das da. Hier, guck, das hier. Für 600. Ach so, das ist das. Guck mal hier, was ich jetzt hier kurz habe. Die kaufe ich mir jetzt. Guck mal hier, Wasserfall-Abenteuer. Jim, guck mal, wie viel ich jetzt davon hinten bei mir habe. Ähm. Warte, ich rekrutiere mich mal. Guck mal, hier sind so Wasserfall-Abenteuer. Ja. Ja, moin. Ja. Auf jeden Fall. Nice. Wie viele habe ich hier? Oh mein Gott. Weißt du, wie viele ich da habe? Ich hatte 5000. Und 600 hat alles gekottet. Oh, und wie viele hast du? Ich habe keine Ahnung. Ach, das geht weg, wenn man da rauf geht. Jetzt will mir jemand sagen können. Wasser, ist es von dir? Das hier ist von mir, ja. Nicht dein Ernst. Das hätte ich schaffen sollen. Mhm, ist so ganz leicht eigentlich. Eigentlich. So, du musst jetzt noch das alles hier schaffen, was ich hier noch hinbaue. So, kapiert. Na, ich kann mich aber leider nicht zu dir teleportieren. Ja, das wäre schön. Probiert das? Nee, geht entsprechend nicht. Nee, geht entsprechend nicht. Hm. Ich kann mich leider nicht zu dir teleportieren. Hm. 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 Nee, ich kann mich leider nicht zu dir teleportieren. Schade, schade. Ja, aber ich habe mein Hobby geschafft. Yeah. Das ist unfair. Wir können ja mal hier nochmal bei dem punkten. Ja, aber, ähm, es war wahrscheinlich so, dein Hobby hatte das, was ich nicht kann, aber du nicht kannst. Ich kann alles übrigens. Siehst du hier, das schaffe ich locker. Das ist mein Hobby. Ich weiß. Mann. Hey, ich bin, ich schaff's direkt. Ja, toll. Fürst zwei. Toll, ey. Schon wieder auf meine Maus zu klick? Das war nicht die Maus, das war die Tastatur. Oh, jetzt werde ich fallen. Genau, töte mich mit dem Eimer. Ja, genau. Ja, du kannst. Ja, du kannst. Mann. Ich ziehe dir meinen Eimer über den Kopf. Höhöhöh. Höhöhöh. Ja. Dann würde ich sagen, wehe. Zieh's mir, den Eimer auf den Kopf. Hör auf. So, ich lösche jetzt mein Hobby. Ja, das Video war sehr kurz. Ich lösche jetzt mein Hobby. Okay. Zum feierlichen Ende, klicke ich auf alles löschen. Und alle löschen. Wo ist mein Obi? Keine Ahnung. Und es ist alles weg. Hast du deines auch gelöscht? Ja. Hä, warum geht das nicht? Du musst auf einstellen. Ja, hab ich ja. Und alles löschen, nicht zuletzt. Krieg nochmal rauf. Und alles löschen. Okay. Jetzt? Guck, jetzt ist alles weg. Nice! Und jetzt kauf ich alles, weil ich hab 6000. Ja, ich auch. Guck mal hier, ich kaufe jetzt... Luna, guck mal hier, schaffst du das? So, ich mach jetzt einfach mal ganz, 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 ganz viel davon. Genau, das musst du bei mir schaffen, was ich hier mache. So, ganz viel hiervon noch gekauft. So, bauen. So, jetzt musst du mein Obi schaffen. Wirklich? Ja, musst du. Schaffst du doch hier mal meins. Ich hab das beste Obi auf dem ganzen Server. Äh, das ist meins. Achso. Wir haben genau das gleiche gemacht. Meins ist aber länger als deins. Woher willst du das wissen? Na dann viel Spaß. Okay, ich springe einfach rückwärts für dich. So, wenn ich jetzt auf... Hier springe rückwärts für dich, siehst du mich? Wenn ich jetzt auf alles löschen klicke, bekomme ich nur 1600 Liter. Geil. Ja, dann, ähm... Guck mal, der hat nicht... Der ist ein Chines... Ein Chinagoge. Ein Chinagoge? Dann würde ich sagen, das war's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und abonniert auch gerne den Kanal. Und... Der hat eine komische Maske auf. Und... Tschüss! Tschüss!